Ich bin Mora Azize, ich bin in der Schweiz, in der Batschneide-Toy, in der Kampusowa. me ist im Hutschein. Ich bin jetzt in der Krube der Artenen. Und nun im Hutschein. Sie sind im Hutschein für die Funduschein. Sie sind im Hutschein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Trotzdem schlechte Wetter machen wir das. Für dich gibt es keine Würde. Man spielt auch bei schlechtem und gutem Wetter. Geht? Jawohl. Ja, ich hab dich schon mal gemacht. Das war's für heute. Ich schieße den Ball von hinten und dann schieße ich mir zurück. Ich schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten. Ich schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten. Ich schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten. Ich schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten. Ich schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten. Ich schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten und schieße den Ball von hinten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt machen wir einen Freistoß von ungefähr 20 Metern Schauen wir, wie das geht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Jetzt mit diesem Ausschuss live die Er brachte mich in den ACA zur FC St. Gallen. Momentan läuft alles super. Ohne seine Hilfe würde ich jetzt nicht so weit kommen. Dafür nur danke Stefko. Ich heisse Stefko Pavlovich. Ich war auch langjähriger Spieler, in verschiedenen Vereinen gespielt. Ich bin Schiezrichter und Trainer. Ich habe Barbera entdeckt bei einem Spiel, in dem ich Schiezrichter geworden bin. Ich bin froh, dass ich sie gesehen habe. Sie hat gutes Potenzial. Es ist noch mehr Potenzial da. Man muss noch viel arbeiten. Das ist jetzt ein guter Anfang. Ich habe sie nach der FC St. Gallen gebracht. Eine Damenmannschaft. Sie hat guten Ehrgeiz. Sie ist willig. Ich hoffe, dass ihr Wille noch stärker bleibt. Es ist nicht nur bei uns. Sie muss auch noch mehr beißen. Und ich hoffe, dass sie es schafft. Und wir haben heute eine Training. Mit Schöne Sibirische Wetter angefangen. Und jetzt haben wir eine Schöne Rasen. Tipptopp. Ich bin froh, dass sie sich mit der FC St. Gallen und ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh und ich Hoffnung. Ich hoffe, dass sie toda in einem Pubkhien sind für die ouve und so ein Jahr im Ich habe mich für den Fußball gespielt, und ich habe mich für den Fußball gespielt. Ich habe mich mit der Stiftung, mit der Stiftung und dem Fußball gespielt. Das ist Bob, Simon Azizi. Das ist meine Mama, Violeta Azizi. Ich habe mich für die�älle, mit diesem Sommer der Stiftung. Ich habe mich für den Fußball getroffen. Ich habe mich für mich für die Saison in der Erste Straße fahren. Es gab mich für die Worte zu sehen. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Es ist ja nicht so, wenn der Klub des Vistronen ist, wenn der Liga A ist, aber die Einigkeit der Anwalt ist, dass wir uns für die Schweiz gewinnen. Wir haben die Erfolg von der Erbnern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020